Die Berichte von Menschen, die dem Tod knapp entronnen sind, ähneln sich. Ich verließ meinen Körper und tauchte ins weiße Licht ein. Ich spürte ein Gefühl reiner Liebe. Manche von ihnen sind überzeugt, dass ihr Erlebnis ein Beweis für die Existenz der Seele ist. Andere bezweifeln das. Das lässt sich über Körperfunktionen erklären. Das wichtigste Werkzeug der Wissenschaft ist das Experiment. In Laborversuchen sollen Nahtoderfahrungen simuliert werden. Mein Körper war tot, nicht aber die Essenz meiner selbst. Vielleicht haben wir es mit Halluzinationen des sterbenden Gehirns zu tun, oder aber mit etwas wissenschaftlich nicht messbarem. In dieser Folge gehen wir dem Phänomen auf die Spur und suchen nach dem letzten Beweis. Auf der ganzen Welt versuchen Menschen unterschiedlichsten Glaubens die Existenz der Seele nachzuweisen. Dr. Obadiah Harris ist überzeugt, dass Berichte von Nahtoderfahrungen bei der Beweisführung hilfreich sein könnten. Man hört das immer wieder. Tausende Menschen haben solche Erfahrungen gemacht. In allen Kulturkreisen, weltweit. Von denen, die so etwas erlebt haben, glauben einige, ihre Seele begab sich auf eine Reise ins Jenseits. Wenn man jemanden verloren hat, kann ich ihm versichern, dass die Seele ihren Frieden und das weiße Licht gefunden hat. Wichtig ist nicht nur die Trauerarbeit, sondern auch der Glaube, dass die Seele in Gnaden und Frieden ruht. Es gibt auch Wissenschaftler, die es für möglich halten, dass sich die Existenz der Seele beweisen lässt. Die Forschung will wissen, was passiert, wenn wir sterben. Dem gegenüber stehen die Meinungen von Wissenschaftlern, die für Nahtoderfahrungen eine rationale Erklärung haben. Es gibt eine medizinische Erklärung für die Erlebnisse. Wenn man die Seele als immateriell betrachtet, bleibt man auf dem intellektuellen Stand unserer Vorfahren. Michael Persinger ist davon überzeugt, die Nahtoderfahrung in seinem Labor nachstellen zu können. Die Simulation unter Laborbedingungen ermöglicht es uns, die tatsächlich verantwortlichen Stimuli zu lokalisieren. Es wird sich zeigen, ob der Wissenschaftler das Erlebnis derer, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind, als Produkt neurophysiologischer Abläufe nachweisen kann. Ich erinnere mich noch genau an den 11. März 1977, als ich mein Auto zu Schrott fuhr. Meine Seele verließ den Körper und wurde ins weiße Licht gerufen. Da war so ein kleiner, weißer Wirbelsturm wie in dem Film Nachricht von Sam. Plötzlich sprach jemand mit mir. Am 17. Dezember 1979 gerieten wir in einen Schneesturm, schlitterten von der Straße und trafen auf einen Telefonmast. Ich wurde aus dem Jeep geschleudert. Als ich nach dem Unfall zu mir kam, hörte ich ein Rauschen. Ich war unter dem Jeep und blickte auf die Achse. Ich drehte mich herum und sah jemanden, den ich zu kennen schien. Ich brauchte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es jemand war, den ich sehr gut kannte. Mir wurde bewusst, dass ich mich selbst von oben betrachtete. Viele der Menschen mit solchen Erfahrungen waren bereits klinisch tot. Ich konnte spüren, wie ich meinen Körper verließ und konzentrierte mich völlig auf das weiße Licht, in das ich immer mehr eingehüllt wurde. Zu den gängigen Erlebnissen gehören außerkörperliche Erfahrungen, die Begegnung mit göttlichen Wesen oder Gespräche mit verstorbenen Verwandten. Damit geht oft ein starkes spirituelles Gefühl einher und eine grundlegend veränderte körperliche Wahrnehmung. Ob Nahtoderfahrungen beweisen, dass unser Geist oder unsere Seele nach dem körperlichen Tod weiterlebt, bleibt fraglich. So verzog es mich ins Licht. Doch da war mehr. Im Licht befand sich ein Wesen. Ich konnte keine Wände oder so erkennen. Es war dunkel. Vor mir befanden sich zwölf Lichtwesen. Im Hintergrund strahlte eine riesige, extrem helle Sonne. Sie war mit Leben erfüllt oder einer Art Bewusstsein. Die vorherrschenden Gefühle waren Liebe, Vergebung und Vollkommenheit. Man sagte mir, du wirst nicht sterben. Du kommst zurück in deinen Körper, auf die Erde. Weitere Beweise dafür, dass sich nach dem Tod eine Seelenwelt eröffnet, scheinen nicht nötig. Die Wissenschaft betrachtet die geheimnisvollen Erlebnisse jedoch aus einer anderen Perspektive. Viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung hinter sich haben, sind überzeugt, dass ihre Seele den Körper verlassen hat. Im Detail unterscheiden sich die Berichte. Es gibt jedoch gemeinsame Eckpunkte. Das Verlassen des eigenen Körpers, geleitet durch ein göttliches Wesen. Und so gut wie immer wird von einem Lichttunnel und dem Gefühl absoluter Liebe und Ruhe berichtet. Aber entspringen die Gefühle und Erscheinungen tatsächlich der Seele? Wir alle sind göttliche Funken, laut den Gelehrten sämtlicher großer Religionen. Obadiah Harris ist Präsident einer Gesellschaft für Philosophische Forschungen, der Philosophical Research Society. Seiner Meinung nach stärken die Berichte über Nahtoderfahrung den Glauben an die unendliche Seele, weil es darin so viele Übereinstimmungen gibt. Christen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, wie meine Mutter, sind oft der Meinung, ein Abbild Jesus Christus zu sehen. Buddhisten sehen Buddha, Hindus Krishna und Juden sehen Moses. Je nach Ausprägung unseres eigenen Bewusstseins offenbart sich uns die göttliche Erscheinung, die uns am meisten bedeutet. Es ist absolut überzeugend, dass Menschen so etwas erleben. Das Erwachen der Seele, die Umorientierung des Lebens. Sam Parnia, Intensivmediziner an der Universitätsgenieck Southampton, betont, dass außerkörperliche Erfahrungen einen Hinweis auf die Wurzeln des Bewusstseins geben könnten. Inzwischen ist die Wissenschaft soweit, sich damit zu befassen, was nach dem Tod mit uns geschieht. Darum ist es sehr wichtig, dass sich die Forschung objektiv mit den Fragen beschäftigt. Das Besondere hierbei ist die Technologie, die es uns ermöglicht, zu beobachten, was während des Sterbens im Gehirn des Menschen vorgeht. Das war vor 50 Jahren noch nicht möglich. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Die Möglichkeiten, Leute am Leben zu erhalten, sind inzwischen weitaus effektiver. Auch wenn sie bereits klinisch tot sind, können wir versuchen, sie zurückzuholen, um uns erzählen zu lassen, was sie erlebt haben. Die Berichte eröffnen uns einen einzigartigen Blick auf das, was wir alle während des Sterbens erleben werden. Andere Technologien, wie Hirnstrommessung und Darstellung, helfen bei der Aufklärung der Wechselwirkung zwischen Gehirn und Bewusstsein. An so etwas war vor 20 bis 30 Jahren absolut nicht zu denken. Aufgrund seiner Arbeit mit Überlebenden nach einem Herzinfarkt stellte sich Dr. Paniya die Frage, ob das Bewusstsein nach dem klinischen Tod weiter existiert. Jetzt will er beweisen, dass es nicht vom lebenden Gehirn ausgeht, sondern auf dem Schema der Atome beruht, aus denen sich die Zellen zusammensetzen. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass Seele und Bewusstsein paradoxerweise während des Sterbens weiterhin funktionieren, was eine bedeutende Feststellung ist. Wer Bewusstseinserfahrungen nach einem klinischen Tod gemacht hat, für den sind wissenschaftliche Nachweise oft unnötig. Wie jeglicher Zweifel verschwand, es gibt ein spirituelles Ich, das mit etwas anderem in Verbindung steht. Beweisen Lichttunnel, göttliche Erscheinungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, wie sie beschrieben werden, dass das Bewusstsein des Menschen den physischen Tod überdauert? Ein Großteil der Wissenschaftler antwortet eindeutig mit Nein. Ihrer Meinung nach wird die Debatte mithilfe von Experimenten und neuen Technologien komplett entmystifiziert. Wissenschaft ist die Beschäftigung mit dem Unbekannten. Man sollte allem Unvoreingenommen gegenübertreten. Einem echten Wissenschaftler ist bewusst, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wenn Menschen Nahtoderfahrung machen, handelt es sich dabei durchaus um Phänomene, die einer Erklärung bedürfen. Gut möglich, dass wir noch nicht das gesamte Potenzial des Gehirns erkannt haben. Seit langem versucht man, die Existenz der Seele mit neuen Technologien nachzuweisen. Im 19. Jahrhundert mithilfe der Fotografie. Kaum war die Fotografie erfunden, nutzte man sie zum Einfangen von Geistererscheinungen. Die Fotos sollten beweisen, dass die Toten unter uns weilen. 1911 versuchten Forscher der Universität von Pennsylvania, mit dem damals noch neuen Röntgenapparat die Seele abzulichten. Vier Jahre davor verkündete ein Arzt aus Massachusetts, er könne die Existenz der Seele mithilfe einer Waage nachweisen. Mit Eintreten des Todes sollen die von ihm beobachteten Personen um 21 Gramm leichter geworden sein. Heutzutage werden immer mehr Menschen vor dem frühen Tod bewahrt. Aufgrund der Erinnerungen bei Nahtoderlebnissen konzentrieren sich die Wissenschaftler auf das, was im Moment des Todes passiert. Rein medizinisch betrachtet lässt sich jeder Aspekt der Erlebnisse tatsächlich erklären. Der Anästhesist Dr. Jerry Wurley meint, Veränderungen im Hirn treten durch Schock, Sauerstoffentzug, Anästhesie und ähnliche ganz normale Ursachen auf und verursachen Nahtoderfahrung. Zuerst fallen die Organe aus, die besonders empfindlich auf Sauerstoffmangel reagieren. Da war so ein dunkles Loch, das mich aufnahm. Eine Art Tunnel. Es saugte mich auf und spuckte mich am anderen Ende des Tunnels wieder aus. Dort befand sich das Licht. Viele betrachten den Lichttunnel, den sie während einer Nahtoderfahrung sehen, als Tor ins Jenseits. Ich glaube, er ist das Produkt fortschreitender Blutarmut in der Netzhaut. Die Retina ist lichtempfindlich und wird von einem zentralen Punkt aus mit Blut versorgt. Das Blut breitet sich kreisförmig aus bis an den Rand der Netzhaut. Das bedeutet, in dem Bereich wird die Retina mit weniger Blut versorgt. Mit zunehmendem Sauerstoffmangel versagen die Außenbereiche der Netzhaut, bis nur noch ein mittiger Lichtpunkt wahrgenommen wird. Das ist die Tunnelsicht. Die visuellen Eindrücke lassen sich scheinbar erklären. Allerdings gibt es dann auch die Berichte über Kontakte zu bereits verstorbenen Freunden oder zu göttlichen Wesen. Viele Menschen berichten über Ruhe, Frieden und Heiterkeit während der Nahtoderfahrung. Einige meinen, so werden sie im Himmel willkommen geheißen. Das ist eigentlich ein Produkt der Welt willkommen zu sein. Das soll jetzt nicht kitschig klingen, aber es ist ein Zustand reiner Liebe. Ein Gefühl der Liebe, wie man es für jemanden empfindet, dem man sehr nahe steht. Genau das Gefühl meine ich. Ich spürte einfach nur diese absolut reine Liebe. Verli lokalisiert diesen Zustand in einem bestimmten Bereich des Gehirns und nicht im Himmel. Der Sauerstoffmangel löst primär eine Fehlfunktion der Präfrontallappen aus. Die Folgen sind Unbekümmertheit, Ruhe, sogar Glücksgefühl. Das ist auch schon die Hauptursache der beschriebenen Gefühle. Mehr nicht. Ein weiterer Sinneseindruck bei Nahtoderfahrungen ist der, über dem eigenen Körper zu schweben. Ich befand mich in einer Zimmerecke. Die Ärzte und meine Familie waren da. Man sagte meinen Eltern, ich würde sterben. Während ich zusah, wusste ich, dass ich mich selbst betrachte. Es bestand aber keine emotionale Bindung gegenüber meinem Körper. Selbst für außerkörperliche Erfahrungen findet Verli eine Erklärung. Der Girus angularis, stimuliert durch Krankheit, Epilepsie oder elektrische Ströme während einer Operation, kann außerkörperliche Erfahrungen suggerieren. Was bedeutet, dass sich die Darstellung des eigenen Körpers durch Aktivierung bestimmter Bereiche des Gehirns verschieben kann? Außerkörperliche Erfahrungen haben wohl weniger mit einer losgelösten Seele zu tun. Sie gehören zur normalen Hirnfunktion. Verli ist nicht der einzige Skeptiker, was die spirituellen Interpretationen von Nahtoderfahrungen betrifft. Dr. Michael Persinger glaubt nicht nur, dass es in unserer Welt zu solchen Erlebnissen kommt. Er behauptet sogar, er könne die gleichen Eindrücke in seinem Labor nachstellen. Wenn Menschen so etwas erleben, ob nun im Zusammenhang mit Todesnähe oder Drogen oder sonstigen ungewöhnlichen Phänomenen, gibt es da Zusammenhänge und die Ursache dafür ist unbekannt. Im Labor können wir ein Experiment durchführen, das beweiskräftigste Werkzeug der Wissenschaft. Hiermit lassen sich die Stimuli für das Phänomen finden und ein- oder ausschalten. Laut Wörle käme es bei Menschen, die dem Tod knapp entronnen sind, zu einer Fehlinterpretation von Gefühlen als tatsächliches Erlebnis. Eine Menge Leute berichten von Nahtoderlebnissen während Herzinfarkten oder Wiederbelebungsversuchen. Sie erzählen davon, was sie dabei gehört und gesehen haben und was um sie herum passiert ist. Genau in dem Zustand kann es durchaus zu außerkörperlichen Erlebnissen und der Tunnelvision kommen. Das ist der Ursprung der Geschichten von Nahtoderfahrungen während der sogenannten Flatlining. Der Theologe Obadiah Harris glaubt, Skeptikern fehlt der Blick auf den Gesamtzusammenhang. Die meisten Kritiker erliegen dem Eindruck, dass wir über etwas Greifbares sprechen. Das ist falsch. Wir reden über etwas Symbolisches. Die Person, die eine Nahtoderfahrung macht, berichtet meist nur schemenhaft davon. Sie sagt, mein Erlebnis lässt sich mit Worten nicht ausdrücken. Sie müssen sich selbst gegenüber eingestehen, dass es nicht greifbar ist. Es ist eine spirituelle Erfahrung, ein innerliches Erwachen. Meine Antwort für Wissenschaftler, die nicht an die Seele glauben, ist, dass alle, die dieses Erlebnis hatten, es wissen. Auch wenn es sich nicht beweisen lässt. Wenn jemand nicht daran glauben kann, auch gut. Die Wissenschaft will den Glauben auf die Probe stellen. Wenn Menschen beteuern, dass ihre Erlebnisse den Beweis für ein Leben nach dem Tode liefern, suchen Forscher selbstverständlich nach empirischen Beweisen. Der Glaube ans Jenseits hat vielen Menschen lange Trost gespendet. Das macht es jedoch nicht realer. Es gibt keinerlei Untermauerung durch die Realität physischer Abläufe. Viele Leute glauben an die immaterielle Seele, aber man kann sie weder sehen noch anfassen oder sie mit einem physischen Apparat aufspüren. Schon gar nicht bestimmen, ob sie unsterblich ist. Was sagt uns das also über die Seele? Mir gefällt das, wenn Wissenschaftler und geistlich geprägte Menschen erörtern, ob man an beides gleichzeitig glauben kann. Die Erinnerung sagt mir, dass mein Geist meinen Körper verließ. Ich kann mich zu 100% an jedes Wort des Gesprächs erinnern. Diejenigen, die sagen, ihr versucht uns bloßzustellen, liegen falsch. Wenn etwas wirklich wahr ist, wird es durch Zweifel nicht unwahr. Wenn überhaupt, wird die Wissenschaft es bestätigen. Doch wie lassen sich die Wahrnehmungen von Menschen während einer Nahtoderfahrung im Labor nachstellen? Michael Persinger führt in seinem Labor an der Laurentin-Universität in Ontario Experimente durch, mit denen bestimmt werden soll, ob Nahtoderfahrungen durch natürliche Vorgänge im Gehirn ausgelöst werden. Sollte Persinger bei einem gesunden Menschen ein Nahtoderlebnis hervorrufen können, wäre das der Beweis dafür, dass es sich dabei nicht um eine Begegnung der göttlichen Art handelt. Menschen berichten von dem, was ihnen widerfahren ist. Demonstrieren lässt sich das nur im Experiment. Wir simulieren die Veränderungen im Hirn, die bei Nahtoderlebnissen auftreten. Basierend auf seinen Forschungen entwickelte Persinger den sogenannten Religionshelm. In einem Motorradhelm sind Elektroden an exakt vorgegebenen Punkten positioniert. Durch elektrische Ströme werden Magnetfelder erzeugt. Diese durchdringen den Kopf und aktivieren das Gehirn in Bereichen, in denen die Sinne und die räumliche Wahrnehmung gesteuert werden. Die Störung der normalen Hirnströme veranlasst die Neuronen zu chaotischer Aktivität. Sämtliche Empfindungen werden durch Aktivität des Gehirns hervorgerufen. Liebe, Hass, das Ich-Gefühl, selbst das Gefühl einer Erinnerung zu haben. Was wir folglich wirklich verstehen wollen, ist die eigentliche Beschaffenheit des Menschen. Die Kunststudentin Joanna Schäffle ist eine der Versuchspersonen bei dem Experiment. Während sie den Helm trägt und sich entspannt, wartet sie darauf, ob es zu Halluzinationen oder Empfindungen kommt, die den beschriebenen Nahtoderfahrungen gleichen. Wenn das der Fall ist, kann Joanna die gesammelten visuellen Eindrücke hoffentlich zu Papier bringen. Ich bin ziemlich entspannt. Der Sessel ist gemütlich. Aber es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Schon ein komisches Gefühl, mit einem Motorradhelm auf dem Kopf hier zu sitzen. Sollte Joanna ihre Eindrücke beschreiben können, werden sie mit denen der Menschen verglichen, die eine echte Nahtoderfahrung hinter sich haben. Noch ist ungeklärt, ob Persingers Erfindung tatsächlich ein Todesnähererlebnis auslösen kann. Mit dem Experiment wird er feststellen, ob der Lichttunnel eine Begleiterscheinung des traumatisierten Gehirns ist oder einen Übergang ins Jenseits darstellt. Nahtoderfahrungen entstehen durch ein extremes Hirntrauma. Wenn die Bereiche stimuliert werden, die vom Trauma betroffen sind, erzeugen sie exakt dieselben Eindrücke. Dabei handelt es sich um eine Hirnaktivität. Es sind keine tatsächlichen Geschehnisse, sie entspringen dem Gehirn der jeweiligen Person. Die Versuchsperson sitzt mit verbundenen Augen in einem schalldichten Zimmer. Für die Sensorik zuständige Areale der rechten Hemisphäre werden mit Magnetfeldern stimuliert. Der modifizierte Motorradhelm verändert die Hirnströme. Darin angebrachte Sensoren zeichnen sie auf. Als Kunststudentin ist Joanna prädestiniert, die gewonnenen Eindrücke später darzustellen. Jetzt setze ich Ihnen den Helm auf und sorge dafür, dass Sie nichts mehr sehen. Alles dunkel? Inzwischen sollten alle Faktoren, die Sie ablenken könnten, ausgeschaltet sein. Auch wenn die Umgebung dunkel und unheimlich wirkt, es ist überaus wichtig, dass sie sich entspannt, damit sich ihre Hirnaktivitäten verringern. Michael Persinger überwacht mit einem Elektroenzephalografen, welche Bereiche von Joannas Gehirn die meiste Aktivität aufweisen. Joanna? Ja? Ihr Gehirn ist noch zu aktiv. Sie müssen sich entspannen, damit die Magnetfelder wirken können. Unsere Versuchsperson kann sich nicht richtig entspannen. Das Erlebte in Worte zu fassen, fällt ihr ebenfalls schwer. Aber das werten wir später aus. Kreative Menschen wie Musiker, Schriftsteller, Leute mit Drogenerfahrungen oder solche, die bereits Nahtoderlebnisse hatten, reagieren oft sehr unterschiedlich auf die Felder, weil hier eine Simulation dessen stattfindet, was sie bereits durchgemacht haben. Nachdem sich Joanna an die Umgebung gewöhnt hat, kann Michael Persinger die erste Phase des Experiments einleiten. Ist der Sitz der Elektroden überprüft? Bei einer Nahtoderfahrung gehen viele Dinge vor sich, die im Labor auf natürlichem Wege nicht nachzuvollziehen sind. Da hätten wir das Absinken des Blutdrucks und die Veränderung des Blutflusses. Wir versuchen das anhand der Hirnstromveränderungen nachzustellen. Anstatt also eine ernsthafte Hypoxie oder eine Durchblutungsstörung auszulösen, simulieren wir sie mit den eingesetzten Magnetfeldern. Sind wir soweit? Joanna? Ich komme rein, entspannen Sie sich. Hier haben Sie den Stift. Nach einer Stunde im Versuchszimmer ist das Experiment abgeschlossen. Jetzt wird es Zeit für die Auswertung. Während der zweiten Phase haben wir auf beiden Hirnseiten Magnetfeldstöße eingesetzt. Bei Menschen, denen eine geringe Dosis Morphium verabreicht wird, treten solche Muster auf. Hier steht, sie hätten Bilder gesehen. Können Sie sie beschreiben? Es sind eine Menge, wie Sie sagten, sehr schemenhafte Bilder von Figuren erschienen. Im ersten Abschnitt habe ich so etwas wie Wellen gesehen. Und ein pulsierendes Licht. Da waren Lichtwellen zu sehen, die sich hin und her bewegten, beinahe wie eine Flüssigkeit, wie bei einer Lava-Lampe. Hin und wieder tauchten Figuren wie aus einem Comic auf, herumstehende Geschäftsleute. In den Gesichtern waren keine richtigen Details zu erkennen. Sehr oft erschienen kleine Lichtexplosionen, vergleichbar mit einem Feuerwerk. Ein einzelner Feuerwerkskörper stieg auf und verschwand dann plötzlich wieder. Außerdem konnte ich einen sehr seltsamen Pferdekopf mit intensiv starrenden Augen erkennen. Oben aus dem Kopf trat scheinbar Blut aus. Dann war da noch eine indianerartige Gestalt. So etwas wie ein Häuptling, mit Federn am Kopf. Nichts davon war klar und deutlich zu sehen. Es war, als würde man Wolken betrachten und etwas zwischen den Schattierungen erkennen. Viele Bilder von Totenschädeln. Und ein alter Zauberer mit einem Zauberstab, Mantel und weißem Bart, der einen Berg bestieg. Und dann wieder viele Totenschädel. Ich sah eine ziemlich bizarre Konferenz mit Managern. Ein Geschäftsmann und Leute, die um ihn herum versammelt waren. Es war fast wie im Traum oder beim Wolkenbeobachten. Da war nichts zu sehen, was auf dich zukommt und dich erschreckt oder so. Das Erlebnis war eher von Euphorie geprägt. Das war sehr deutlich. Joanna hatte eindeutig visuelle Wahrnehmung. Aber sie waren verschwommener als bei Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Es sind faszinierende Bilder. Die Behauptung der Nahtod-Skeptiker, ein solches Erlebnis ließe sich mit dem Helm simulieren, ist dadurch jedoch noch nicht bewiesen. Das nächste Experiment soll genau diesen Beweis erbringen. Jim Chapman hatte 1999 eine Nahtoderfahrung. Jetzt soll er die damaligen Sinneseindrücke mit denen vergleichen, die Persingers Helm hervorrufen. Es passierte am Thanksgiving Day. Ausgerechnet in einem Wellnessclub erlitt ich einen Herzinfarkt. Mein Herz war stehen geblieben. Ich atmete nicht mehr, war klinisch tot. Als ich die Augen öffnete, befand ich mich in einer anderen Dimension. Nicht mehr auf dem Krankenhausbett. Ich stand vor einem blühenden Tal, das ich komplett überblickte. Konnte die Wärme der Sonne und den Wind spüren. Plötzlich tauchte mittendrin eine Frau auf und schrie mich an. Ich blinzelte und trat einen Schritt zurück. Als ich die Augen öffnete, lag ich in der Notaufnahme. Ich muss also nicht besorgt oder nervös sein. Ganz und gar nicht. Es sind schwache Magnetfelder, schwächer als die eines Föhns. Es werden Gehirnstrommuster erzeugt, die das Hirn auch in der Natur aufweist. Sagt er. Sollten Jims echte Eindrücke mit den künstlich erzeugten übereinstimmen, hätte Michael Persinger den überzeugenden Beweis, dass es eine wissenschaftliche Erklärung für Nahtoderfahrungen gibt. Lassen Sie es passieren. Nichts erzwingen. Wenn Sie etwas beschreiben wollen, nur zu. Wenn sich keine Übereinstimmung mit der Nahtoderfahrung, auch NTE genannt, findet, kann Persinger die Existenz der Seele nicht ausschließen. Ich glaube, dass ich aus unserer Welt herausgetreten bin. Hier war mein Körper mausetot, aber mein Bewusstsein blieb bestehen. War ich im Himmel? Keine Ahnung. Es war eine andere Art Realität, eine andere Welt, in der es alles gab, wonach ich je verlangen könnte. Es war eine andere Erklärung, die ich für mich geholfen konnte. Viele Menschen glauben, dass sich bei einer NTE zeigt, was nach dem Tod passiert. Wissenschaftlich betrachtet könnte das durchaus sein. Eine andere Erklärung hat jedoch mit der Hirnaktivität zu tun. Sie gibt uns mehr Informationen über die betroffenen Bereiche des Gehirns, die Auslöser und was das persönlich bedeutet. Die Berichte sind möglicherweise korrekt. Wenn es sich jedoch um eine Hirnaktivität handelt, sollte man auch diese Erklärung in Betracht ziehen. Das sollten wir mit aufzeichnen, wenn es zur Hirnaktivität gehört. Das Experiment ist in zwei Phasen a 30 Minuten unterteilt. Persinger zeichnet auf, wie Jims Gehirn auf die Simulation reagiert. Wie dünn sind sie? Die gehen auch vom Frontallappen aus. Genau wie bei den Schöben. Davon zeigen sich einige. Da kam Ausschlag nach Ausschlag. Es wird Zeit, in Erfahrung zu bringen, was Jim mit dem Religionshelm erlebt hat. Und herauszufinden, ob sich Ähnlichkeiten zu seiner Nahtoderfahrung ergeben. Fast schon anekdotenhaft. Kleine Lebensausschnitte. Dinge, die passiert sind. Kein festgelegter Ablauf der Vergangenheit. Beinahe wie kleine, zufällig zusammengestellte Geschichten. Ich weiß noch, dass ein Freund über sein Kind redete. Dann unterhielt ich mich mit jemandem, während wir spazierten. Daran erinnere ich mich sehr klar. Ich hatte das Gefühl, mich nicht wirklich wegzubewegen. Mir war klar, dass ich im Sessel saß. Aber sobald es um mich selbst ging, wich die Empfindung, im Sessel zu sitzen. Das, was ich gerade erlebt habe, hat gewisse Ähnlichkeiten zu meiner NTE. Jetzt, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und dabei beobachtet wurde, und man mir sagte, dass bestimmte erwartete Reaktionen aufgetreten sind, spüre ich eine Verbindung zwischen dem, was ich hier erlebt habe, und meiner Nahtoderfahrung. Ich finde es aufregend, dass so etwas inzwischen möglich ist. Für Jim gibt es scheinbar Ähnlichkeiten. Aber wie intensiv waren die Visionen im Vergleich dazu, während seiner NTE das Tal zu überblicken und über die wunderschöne Landschaft hinweg zu fliegen? Dr. Persinger kratzt an der Oberfläche. Die Nahtoderfahrung war ein abgekoppeltes und tiefgründiges Erlebnis. Es gibt eine Verbindung. Die NTE war jedoch viel tiefgründiger. Die faszinierenden Parallelen bestärken Michael Persinger in seiner Meinung, dass sich mit der Hirnforschung aufklären lässt, was bei einer NTE passiert. Jim Chapman ist sich da nicht so sicher. Ob sie die Erfahrung simulieren konnten? Nein. Es könnte der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Oder auch der letzte in die falsche. Ich finde es jedenfalls interessant, über die Möglichkeiten nachzudenken. Dass sich die Wissenschaft überhaupt mit solchen Fragen beschäftigen kann, ist ein Beleg dafür, was die Forschung zu leisten vermag. Hätte ich vor 50 Jahren behauptet, in ihr Gehirn blicken zu können, hätten sie das für unmöglich gehalten. Heutzutage haben wir Kernspintomografen, die das sehr genau hinkriegen und uns zeigen können, was vor sich geht. Was wir allerdings brauchen könnten, ist ein Gerät, mit dem sich Gedanken messen und darstellen lassen. Damit könnten wir feststellen, was zum Lebensende mit dem Bewusstsein passiert. Noch gibt es die Technologie zum Lokalisieren des Bewusstseins oder der Seele nicht. Genauso wenig ist es möglich zu bestimmen, was damit passiert, nachdem der Körper stirbt. Im Experiment zeigt sich, dass man einige, aber nicht alle der Wahrnehmungen, die bei einer Todesnäherfahrung auftreten, im Labor nachstellen kann. Was wirklich passiert, wenn wir sterben, kann uns die Simulation des Erlebnisses nicht beantworten. Bei seinen Studien zu Nahtoderfahrungen macht ein Forscher eine erstaunliche Entdeckung. Mario Boriga hat festgestellt, dass sich Menschen, die während einer NTE die Präsenz eines göttlichen Wesens spüren, komplett ändern. Nicht nur emotionell, es kommt auch zu physischen Veränderungen im Gehirn. Es gibt Leute, die behaupten, nach ihrer NTE mit dem Lichtwesen in Verbindung zu bleiben. Bei den meisten lässt sich dieses Wesen mit Gott gleichsetzen. Dr. Boriga ist Psychologe an der Universität von Montreal. Bei seinen Experimenten werden die Versuchspersonen aufgefordert, sich an das Licht aus der NTE zu erinnern. Dabei wertet er ihre Hirnaktivität aus. Einer der Probanden ist Jill Bédard. Wie immer. Die Augen sind die ganze Zeit zu. Wir fangen im Ruhezustand an. Versetzen Sie sich in den Ausgangszustand. Der Mann sagt, er hätte immer noch täglich Kontakt zu diesem Lichtwesen. Während er versucht, eine Verbindung herzustellen, mit dem Licht einzuwerden, durchleuchten wir sein Gehirn. Entspannen Sie sich. Mario Boriga will beweisen, dass sich die Vorgänge im Gehirn von Menschen, die eine NTE hatten, von denen der restlichen Bevölkerung unterscheiden. Dass es zu physischen Veränderungen kommt. Vertiefen Sie sich mehr in die spirituellen Emotionen. Das ist manchmal sehr aufwühlen. Im Vorfeld habe ich mir die EEG-Muster von fünf Menschen angesehen, die eine NTE hatten. Dabei lässt sich im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung im Ruhezustand eine viel größere Anhäufung von Delta- und Theta-Wellen feststellen. Das könnte darauf hinweisen, dass mit einer Nahtoderfahrung auch eine Verlagerung der Hirnaktivität einhergeht. Es gibt vier Arten von Gehirnwellen, gestaffelt nach Aktivität. Theta- und Delta-Wellen sind am wenigsten aktiv. Delta-Wellen treten normalerweise nur im Tiefschlaf auf. Wenn sich auf den EEGs von Borigas Probanden Delta-Wellen zeigen, werden sie mit dem Kernspintomographen bestimmten Bereichen des Gehirns zugeordnet. Diese Art Hirnaktivität kennt er bereits von Messungen bei Nonnen, die ihr Leben dem Beten und Meditieren widmen. Eines unserer Forschungsprogramme befasst sich mit dem Zuordnen der Neuronenbasis bei unterschiedlichen Arten von spirituellen Zuständen, unter anderem im Christentum. Vor einigen Jahren führten wir eine Studie bei Carmelita-Nonnen durch. Dabei sollte untersucht werden, was im Gehirn bezüglich ihres Glaubenssystems vorgeht, während die Nonnen eins sind mit Gott. Das ist ein spezieller Fall. Hier haben wir es jetzt mit Leuten zu tun, die spirituell und psychologisch verändert wurden, durch ihre Nahtoderfahrung. Insbesondere durch eine Komponente, die Wahrnehmung der Lichtgestalt. Wir haben bemerkt, dass die Leute, die eine besonders starke Bindung zu dem Lichtwesen eingehen, auch extreme psychologische und tiefgreifende spirituelle Veränderungen durchmachen. Mit dem Projekt können wir das, was bei einer NTE mit dem Gehirn passiert, mit dem vergleichen, was bei den Nonnen vorgeht, wenn sie sich in den Zustand der Einheit mit Gott versetzen. Beauregard versucht nicht herauszufinden, was nach dem Tod passiert. Was im Gehirn von Menschen vorgeht, die knapp überlebt haben, lässt sich seiner Meinung nach inzwischen wissenschaftlich aufklären. Gleichzeitig ist es eine Frage, die Philosophen und Theologen seit Jahrhunderten beschäftigt. Der Schriftsteller und Alternativmediziner Deepak Chopra glaubt, dass beim Versuch, das Spirituelle zu verstehen, das Physische zu sehr in den Vordergrund gerückt wird. Wir sind keine Menschen, die gelegentlich spirituelle Erfahrungen machen. Wir sind spirituelle Wesen, die gelegentlich menschliche Erfahrungen machen. Die Seele, das Bewusstsein oder wie immer man es nennen will, ist das Potenzial, aus dem jegliche Realität entspringt. Die Grundlage der Empfindung, Erkenntnis, Emotionen, sozialer Interaktion, persönlicher Beziehungen, der Biologie, der Umwelt und der Naturgewalten. Allein die Vorstellung des wissenschaftlichen Beweises ist unvollständig. Er vermittelt nur einen partiellen Blick auf die Realität. Dank der Wissenschaft können wir in die Kamera sprechen, damit sich andere Menschen das ansehen können. Das ist schon eine bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung. Die Forschung hat es uns ermöglicht, unsere Lebenserwartung auszuweiten. Es gibt Operationen und Medikamente. Diese sogenannten Wunder der Wissenschaft sollten wir nicht leugnen. Aber solange eine wissenschaftlich eingeschränkte Sichtweise vorherrscht, ist sie nicht vollständig. Die Forschung hat keinen Platz für das Bewusstsein. Sie kann es höchstens als eine Begleiterscheinung abstempeln. In dem Fall bedeutet das, dass es eine materialistische Erklärung für das Bewusstsein gibt. Es gibt da etwas. Ob wir Seele, göttlicher Funke, Gott oder wie auch immer nennen, ich sage Seele dazu. Ein Blick auf die Seele, auf das tatsächliche Ich, bringt eine Verwandlung mit sich. Das Erlebnis hat mein Leben komplett verändert. Ich kann mich hundertprozentig an das Gespräch, das ich führte, erinnern und auch daran, wieder in meinen Körper einzutauchen. Zurückzukommen ist ein Riesenschritt. Die Folgen des NTE zu akzeptieren, ist enorm. Als würde man zu einem anderen Menschen. Es fällt mir schwer, mein Erlebnis mit den Beschreibungen der mechanischen Prozesse in Einklang zu bringen. Ich bin allerdings ein sehr wissenschaftlicher Mensch und werde mich damit abfinden. Wenn das Gehirn des Menschen solche Eindrücke produzieren kann und dadurch unseren Weggang verschönert, ist das unglaublich. Und wenn nicht mehr dahinter steckt, komme ich damit klar. Ob der Wissenschaft jemals genügend Beweise für die Existenz oder auch Nicht-Existenz der Seele vorliegen werden, ist unklar. Es wird jedoch immer Menschen geben, die dafür keinen Beweis brauchen. Die Simulation unter Laborbedingungen ermöglicht es uns, die tatsächlich verantwortlichen Stimuli zu lokalisieren. Es wird sich zeigen, ob der Wissenschaftler das Erlebnis derer, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind, als Produkt neurophysiologischer Abläufe nachweisen kann. Ich erinnere mich noch genau an den 11. März 1977, als ich mein Auto zu Schrott fuhr. Meine Seele verließ den Körper und wurde ins weiße Licht gerufen. Da war so ein kleiner, weißer Wirbelsturm wie in dem Film Nachricht von Sam. Plötzlich sprach jemand mit mir. Am 17. Dezember 1979 gerieten wir in einen Schneesturm, schlitterten von der Straße und trafen auf einen Telefonmast. Ich wurde aus dem Jeep geschleudert. Als ich nach dem Unfall zu mir kam, hörte ich ein Rauschen. Ich war unter dem Jeep und blickte auf die Achse. Ich drehte mich herum und sah jemanden, den ich zu kennen schien. Ich brauchte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es jemand war, den ich sehr gut kannte. Mir wurde bewusst, dass ich mich selbst von oben betrachtete. Viele der Menschen mit solchen Erfahrungen waren bereits klinisch tot. Ich konnte spüren, wie ich meinen Körper verließ und konzentrierte mich völlig auf das weiße Licht, in das ich immer mehr eingehüllt wurde. Zu den gängigen Erlebnissen gehören außerkörperliche Erfahrungen, die Begegnung mit göttlichen Wesen oder Gespräche mit verstorbenen Verwandten. Damit geht oft ein starkes spirituelles Gefühl einher und eine grundlegend veränderte körperliche Wahrnehmung. Ob Nahtoderfahrungen beweisen, dass unser Geist oder unsere Seele nach dem körperlichen Tod weiterlebt, bleibt fraglich. So vorzog es mich ins Licht. Doch da war mehr. Im Licht befand sich ein Wesen. Ich konnte keine Wände oder so erkennen. Es war dunkel. Vor mir befanden sich zwölf Lichtwesen. Im Hintergrund strahlte eine riesige, extrem helle Sonne. Sie war mit Leben erfüllt oder einer Art Bewusstsein. Wie vorzubewegen. Mir war klar, dass ich im Sessel saß. Aber sobald es um mich selbst ging, wich die Empfindung, im Sessel zu sitzen. Das, was ich gerade erlebt habe, hat gewisse Ähnlichkeiten zu meiner NTE. Jetzt, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und dabei beobachtet wurde, und man mir sagte, dass bestimmte erwartete Reaktionen aufgetreten sind, spüre ich eine Verbindung zwischen dem, was ich hier erlebt habe, und meiner Nahtoderfahrung. Ich finde es aufregend, dass so etwas inzwischen möglich ist. Für Jim gibt es scheinbar Ähnlichkeiten. Aber wie intensiv waren die Visionen im Vergleich dazu, während seiner NTE das Tal zu überblicken und über die wunderschöne Landschaft hinweg zu fliegen? Dr. Persinger kratzt an der Oberfläche. Die Nahtoderfahrung war ein abgekoppeltes und tiefgründiges Erlebnis. Es gibt eine Verbindung. Die NTE war jedoch viel tiefgründiger. Die faszinierenden Parallelen bestärken Michael Persinger in seiner Meinung, dass sich mit der Hirnforschung aufklären lässt, was bei einer NTE passiert. Jim Chapman ist sich da nicht so sicher. Ob sie die Erfahrung simulieren konnten? Nein. Es könnte der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Oder auch der letzte in die falsche. Ich finde es jedenfalls interessant, über die Möglichkeiten nachzudenken. Dass sich die Wissenschaft überhaupt mit solchen Fragen beschäftigen kann, ist ein Beleg dafür, was die Forschung zu leisten vermag. Hätte ich vor 50 Jahren behauptet, in ihr Gehirn blicken zu können, hätten sie das für unmöglich gehalten. Heutzutage haben wir Kernspintomografen, die das sehr genau hinkriegen und uns zeigen können, was vor sich geht. Was wir allerdings brauchen könnten, ist ein Gerät, mit dem sich Gedanken messen und darstellen lassen. Damit könnten wir feststellen, was zum Lebensende mit dem Bewusstsein passiert. Noch gibt es die Technologie zum Lokalisieren des Bewusstseins oder der Seele nicht. Genauso wenig ist es möglich zu bestimmen, was damit passiert, nachdem der Körper stirbt. Im Experiment zeigt sich, dass man einige, aber nicht alle der Wahrnehmungen, die bei einer Todesnäherfahrung auftreten, im Labor nachstellen kann. Was wirklich passiert, wenn wir sterben, kann uns die Simulation des Erlebnisses nicht beantworten. Bei seinen Studien Zu den gängigen Erlebnissen gehören außerkörperliche Erfahrungen, die Begegnung mit göttlichen Wesen oder Gespräche mit verstorbenen Verwandten. Damit geht oft ein starkes spirituelles Gefühl einher und eine grundlegend veränderte körperliche Wahrnehmung. Ob Nahtoderfahrungen beweisen, dass unser Geist oder unsere Seele nach dem körperlichen Tod weiterlebt, bleibt fraglich. So verzog es mich ins Licht. Doch da war mehr. Im Licht befand sich ein Wesen. Ich konnte keine Wände oder so erkennen. Es war dunkel. Vor mir befanden sich zwölf Lichtwesen. Im Hintergrund strahlte eine riesige, extrem helle Sonne. Sie war mit Leben erfüllt oder einer Art Bewusstsein. Die vorherrschenden Gefühle waren Liebe, Vergebung und Vollkommenheit. Man sagte mir, du wirst nicht sterben. Du kommst zurück in deinen Körper, auf die Erde. Weitere Beweise dafür, dass sich nach dem Tod eine Seelenwelt eröffnet, scheinen nicht nötig. Die Wissenschaft betrachtet die geheimnisvollen Erlebnisse jedoch aus einer anderen Perspektive. Viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung hinter sich haben, sind überzeugt, dass ihre Seele den Körper verlassen hat. Im Detail unterscheiden sich die Berichte. Es gibt jedoch gemeinsame Eckpunkte. Das Verlassen des eigenen Körpers, geleitet durch ein göttliches Wesen. Und so gut wie immer wird von einem Lichttunnel und dem Gefühl absoluter Liebe und Ruhe berichtet. Aber entspringen die Gefühle und Erscheinungen tatsächlich der Seele? Wir alle sind göttliche Funken, laut den Gelehrten sämtlicher großer Religionen. Obadiah Harris ist Präsident einer Gesellschaft für Philosophische Forschungen, der Philosophical Research Society. Seiner Meinung nach stärken die Berichte über Nahtoderfahrung den Glauben an die unendliche Seele, weil es darin so viele Übereinstimmungen gibt. Christen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, wie meine Mutter, sind oft der Meinung, ein Abbild Jesus Christus zu sehen. Buddhisten sehen Buddha, Hindus Krishna und Juden sehen Moses. Je nach Ausprägung unseres eigenen Bewusstseins offenbart sich uns die göttliche Erscheinung, die uns am meisten bedeutet. Es ist absolut überzeugend. Genau das Gefühl meine ich. Ich spürte einfach nur diese absolut reine Liebe. Burley lokalisiert diesen Zustand in einem bestimmten Bereich des Gehirns und nicht im Himmel. Der Sauerstoffmangel löst primär eine Fehlfunktion der Präfrontallappen aus. Die Folgen sind Unbekümmertheit, Ruhe, sogar Glücksgefühl. Das ist auch schon die Hauptursache der beschriebenen Gefühle. Mehr nicht. Ein weiterer Sinneseindruck bei Nahtoderfahrungen ist der, über dem eigenen Körper zu schweben. Ich befand mich in einer Zimmerecke. Die Ärzte und meine Familie waren da. Man sagte meinen Eltern, ich würde sterben. Während ich zusah, wusste ich, dass ich mich selbst betrachte. Es bestand aber keine emotionale Bindung gegenüber meinem Körper. Selbst für außerkörperliche Erfahrungen findet Burley eine Erklärung. Der Girus angularis, stimuliert durch Krankheit, Epilepsie oder elektrische Ströme während einer Operation, kann außerkörperliche Erfahrungen suggerieren. Was bedeutet, dass sich die Darstellung des eigenen Körpers durch Aktivierung bestimmter Bereiche des Gehirns verschieben kann? Außerkörperliche Erfahrungen haben wohl weniger mit einer losgelösten Seele zu tun. Sie gehören zur normalen Hirnfunktion. Burley ist nicht der einzige Skeptiker, was die spirituellen Interpretationen von Nahtoderfahrungen betrifft. Dr. Michael Persinger glaubt nicht nur, dass es in unserer Welt zu solchen Erlebnissen kommt. Er behauptet sogar, er könne die gleichen Eindrücke in seinem Labor nachstellen. Wenn Menschen so etwas erleben, ob nun im Zusammenhang mit Todesnähe oder Drogen oder sonstigen ungewöhnlichen Phänomenen, gibt es da Zusammenhänge. Und die Ursache dafür ist unbekannt. Im Labor können wir ein Experiment durchführen, das beweiskräftigste Werkzeug der Wissenschaft. Hiermit lassen sich die Stimuli für das Phänomen finden und ein- oder ausschalten. Laut Burley käme es bei Menschen, die dem Tod knapp entronnen sind, zu einer Fehlinterpretation von Gefühlen als tatsächliches Erlebnis. Eine Menge Leute berichten von Nahtoderlebnissen während Herzinfarkten oder Wiederbelebungsversuchen. Sie erzählen davon, was sie dabei gehört und gesehen haben und was um sie herum passiert ist. Genau in dem Zustand kann es durchaus zu außerkörperlichen Erlebnissen und der Tunnelvision kommen. Das ist der Ursprung der Geschichten von Nahtoderfahrungen während der sogenannten Flatline. Die Berichte eröffnen uns einen einzigartigen Blick auf das, was wir alle während des Sterbens erleben werden. Andere Technologien wie Hirnstrommessung und Darstellung helfen bei der Aufklärung der Wechselwirkung zwischen Gehirn und Bewusstsein. An so etwas war vor 20 bis 30 Jahren absolut nicht zu denken. Aufgrund seiner Arbeit mit Überlebenden nach einem Herzinfarkt stellte sich Dr. Pania die Frage, ob das Bewusstsein nach dem klinischen Tod weiter existiert. Jetzt will er beweisen, dass es nicht vom lebenden Gehirn ausgeht, sondern auf dem Schema der Atome beruht, aus denen sich die Zellen zusammensetzen. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass Seele und Bewusstsein paradoxerweise während des Sterbens weiterhin funktionieren, was eine bedeutende Feststellung ist. Wer Bewusstseinserfahrungen nach einem klinischen Tod gemacht hat, für den sind wissenschaftliche Nachweise oft unnötig. Wie jeglicher Zweifel verschwand, es gibt ein spirituelles Ich, das mit etwas anderem in Verbindung steht. Beweisen Lichttunnel, göttliche Erscheinungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, wie sie beschrieben werden, dass das Bewusstsein des Menschen den physischen Tod überdauert? Ein Großteil der Wissenschaftler antwortet eindeutig mit Nein. Ihrer Meinung nach wird die Debatte mithilfe von Experimenten und neuen Technologien komplett entmystifiziert. Wissenschaft ist die Beschäftigung mit dem Unbekannten. Man sollte allem unvoreingenommen gegenübertreten. Einem echten Wissenschaftler ist bewusst, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wenn Menschen Nahtoderfahrung machen, handelt es sich dabei durchaus um Phänomene, die einer Erklärung bedürfen. Gut möglich, dass wir noch nicht das gesamte Potenzial des Gehirns erkannt haben. Seit langem versucht man, die Existenz der Seele mit neuen Technologien nachzuweisen. Im 19. Jahrhundert mithilfe der Fotografie. Kaum war die Fotografie erfunden, nutzte man sie zum Einfangen von Geistererscheinungen. Die Fotos sollten beweisen, dass die Toten unter uns weilen. 1911 versuchten Forscher der Universität von Pennsylvania, mit dem damals noch neuen Röntgenapparat die Seele abzulichten. Vier Jahre davor verkündete ein Arzt aus Massachusetts, er könne die Existenz der Seele mithilfe einer Waage nachweisen. Mit Eintreten des Todes sollen die von ihm beobachteten Personen um 21 Gramm leichter geworden sein. Aufgrund der Erinnerungen bei Nahtoderlebnissen konzentrieren sich die Wissenschaftler auf das, was im Moment des Todes passiert. Rein medizinisch betrachtet lässt sich jeder Aspekt der Erlebnisse tatsächlich erklären. Der Anästhesist Dr. Jerry Wurley meint Veränderungen im Hirn treten durch Schock, Sauerstoffentzug, Anästhesie und ähnliche ganz normale Ursachen auf und verursachen Nahtoderfahrung. Zuerst fallen die Organe aus, die besonders empfindlich auf Sauerstoffmangel reagieren. Da war so ein dunkles Loch, das mich aufnahm. Eine Art Tunnel. Es saugte mich auf und spuckte mich am anderen Ende des Tunnels wieder aus. Dort befand sich das Licht. Viele betrachten den Lichttunnel, den sie während einer Nahtoderfahrung sehen, als Tor ins Jenseits. Ich glaube, er ist das Produkt fortschreitender Blutarmut in der Netzhaut. Die Retina ist lichtempfindlich und wird von einem zentralen Punkt aus mit Blut versorgt. Das Blut breitet sich kreisförmig aus bis an den Rand der Netzhaut. Das bedeutet, in dem Bereich wird die Retina mit weniger Blut versorgt. Mit zunehmendem Sauerstoffmangel versagen die Außenbereiche der Netzhaut, bis nur noch ein mittiger Lichtpunkt wahrgenommen wird. Das ist die Tunnelsicht. Die visuellen Eindrücke lassen sich scheinbar erklären. Allerdings gibt es dann auch die Berichte über Kontakte zu bereits verstorbenen Freunden oder zu göttlichen Wesen. Viele Menschen berichten über Ruhe, Frieden und Heiterkeit während der Nahtoderfahrung. Einige meinen, so werden sie im Himmel willkommen geheißen. Das ist eigentlich ein Produkt der Welt willkommen zu sein. Das soll jetzt nicht kitschig klingen, aber es ist ein Zustand reiner Liebe. Ein Gefühl der Liebe, wie man es für jemanden empfindet, dem man sehr nahe steht. Genau das Gefühl meine ich. Ich spürte einfach nur diese absolut reine Liebe. Wurley lokalisiert diesen Zustand in einem bestimmten Bereich des Gehirns und nicht im Himmel. Der Sauerstoffmangel löst primär eine Fehlfunktion der Präfrontallappen aus. Die Folgen sind Unbekümmertheit, Ruhe, sogar Glücksgefühl. Das ist auch schon die Hauptursache der beschriebenen Gefühle. Mehr nicht. Ist ungeklärt, ob Persingers Erfindung tatsächlich ein Todesnähererlebnis auslösen kann. Mit dem Experiment wird er feststellen, ob der Lichttunnel eine Begleiterscheinung des traumatisierten Gehirns ist oder einen Übergang ins Jenseits darstellt. Nahtoderfahrungen entstehen durch ein extremes Hirntrauma. Wenn die Bereiche stimuliert werden, die vom Trauma betroffen sind, erzeugen sie exakt dieselben Eindrücke. Dabei handelt es sich um eine Hirnaktivität. Es sind keine tatsächlichen Geschehnisse, sie entspringen dem Gehirn der jeweiligen Person. Die Versuchsperson sitzt mit verbundenen Augen in einem schalldichten Zimmer. Für die Sensorik zuständige Areale der rechten Hemisphäre werden mit Magnetfeldern stimuliert. Der modifizierte Motorradhelm verändert die Hirnströme. Darin angebrachte Sensoren zeichnen sie auf. Als Kunststudentin ist Joanna prädestiniert, die gewonnenen Eindrücke später darzustellen. Jetzt setze ich Ihnen den Helm auf und sorge dafür, dass Sie nichts mehr sehen. Alles dunkel? Inzwischen sollten alle Faktoren, die Sie ablenken könnten, ausgeschaltet sein. Auch wenn die Umgebung dunkel und unheimlich wirkt, es ist überaus wichtig, dass sie sich entspannt, damit sich Ihre Hirnaktivitäten verringern. Michael Persinger überwacht mit einem Elektroenzephalografen, welche Bereiche von Joannas Gehirn die meiste Aktivität aufweisen. Ihr Gehirn ist noch zu aktiv. Sie müssen sich entspannen, damit die Magnetfelder wirken können. Unsere Versuchsperson kann sich nicht richtig entspannen. Das Erlebte in Worte zu fassen, fällt ihr ebenfalls schwer. Aber das werten wir später aus. Kreative Menschen wie Musiker, Schriftsteller, Leute mit Drogenerfahrungen oder solche, die bereits Nahtoderlebnisse hatten, reagieren oft sehr unterschiedlich auf die Felder, weil hier eine Simulation dessen stattfindet, was sie bereits durchgemacht haben. Nachdem sich Joanna an die Umgebung gewöhnt hat, kann Michael Persinger die erste Phase des Experiments einleiten. Bei einer Nahtoderfahrung gehen viele Dinge vor sich, die im Labor auf natürlichem Wege nicht nachzuvollziehen sind. Da hätten wir das Absinken des Blutdrucks und die Veränderung des Blutflusses. Wir versuchen das anhand der Hirnstromveränderungen nachzustellen. Krishna und Juden sehen Moses. Je nach Ausprägung unseres eigenen Bewusstseins offenbart sich uns die göttliche Erscheinung, die uns am meisten bedeutet. Es ist absolut überzeugend, dass Menschen so etwas erleben, das Erwachen der Seele, die Umorientierung des Lebens. Sam Parnier, Intensivmediziner an der Universitätsklinik Southampton, betont, dass außerkörperliche Erfahrungen einen Hinweis auf die Wurzeln des Bewusstseins geben könnten. Inzwischen ist die Wissenschaft soweit, sich damit zu befassen, was nach dem Tod mit uns geschieht. Darum ist es sehr wichtig, dass sich die Forschung objektiv mit den Fragen beschäftigt. Das Besondere hierbei ist die Technologie, die es uns ermöglicht, zu beobachten, was während des Sterbens im Gehirn des Menschen vorgeht. Das war vor 50 Jahren noch nicht möglich. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Die Möglichkeiten, Leute am Leben zu erhalten, sind inzwischen weitaus effektiver. Auch wenn sie bereits klinisch tot sind, können wir versuchen, sie zurückzuholen, um uns erzählen zu lassen, was sie erlebt haben. Die Berichte eröffnen uns einen einzigartigen Blick auf das, was wir alle während des Sterbens erleben werden. Andere Technologien wie Hirnstrommessung und Darstellung helfen bei der Aufklärung der Wechselwirkung zwischen Gehirn und Bewusstsein. An so etwas war vor 20 bis 30 Jahren absolut nicht zu denken. Aufgrund seiner Arbeit mit Überlebenden nach einem Herzinfarkt stellte sich Dr. Pania die Frage, ob das Bewusstsein nach dem klinischen Tod weiter existiert. Jetzt will er beweisen, dass es nicht vom lebenden Gehirn ausgeht, sondern auf dem Schema der Atome beruht, aus denen sich die Zellen zusammensetzen. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass Seele und Bewusstsein paradoxerweise während des Sterbens weiterhin funktionieren, was eine bedeutende Feststellung ist. Wer Bewusstseinserfahrungen nach einem klinischen Tod gemacht hat, für den sind wissenschaftliche Nachweise oft unnötig. Jeglicher Zweifel verschwand. Es gibt ein spirituelles Ich, das mit etwas anderem in Verbindung steht. Beweisen Lichttunnel, göttliche Erscheinungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, wie sie beschrieben werden, dass das Bewusstsein des Menschen den physischen Tod überdauert? Ein Großteil der Wissenschaftler antwortet eindeutig mit Nein. Ihrer Meinung nach wird die Debatte mithilfe von Experimenten und neuen Technologien komplett entmystifiziert. Er hat scheinbar Blut aus. Dann war da noch eine indianerartige Gestalt, so etwas wie ein Häuptling mit Federn am Kopf. Nichts davon war klar und deutlich zu sehen. Es war, als würde man Wolken betrachten und etwas zwischen den Schattierungen erkennen. Viele Bilder von Totenschädeln und ein alter Zauberer mit einem Zauberstab, Mantel und weißem Bart, der einen Berg bestieg. Und dann wieder viele Totenschädel. Ich sah eine ziemlich bizarre Konferenz mit Managern. Ein Geschäftsmann und Leute, die um ihn herum versammelt waren. Es war fast wie im Traum oder beim Wolkenbeobachten. Da war nichts zu sehen, was auf dich zukommt und dich erschreckt oder so. Das Erlebnis war eher von Euphorie geprägt. Das war sehr deutlich. Joanna hatte eindeutig visuelle Wahrnehmung. Aber sie waren verschwommener als bei Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Es sind faszinierende Bilder. Die Behauptung der Nahtod-Skeptiker, ein solches Erlebnis ließe sich mit dem Helm simulieren, ist dadurch jedoch noch nicht bewiesen. Das nächste Experiment soll genau diesen Beweis erbringen. Jim Chapman hatte 1999 eine Nahtoderfahrung. Jetzt soll er die damaligen Sinneseindrücke mit denen vergleichen, die Persingers Helm hervorrufen. Es passierte am Thanksgiving Day. Ausgerechnet in einem Wellnessclub erlitt ich einen Herzinfarkt. Mein Herz war stehen geblieben. Ich atmete nicht mehr, war klinisch tot. Als ich die Augen öffnete, befand ich mich in einer anderen Dimension, nicht mehr auf dem Krankenhausbett. Ich stand vor einem blühenden Tal, das ich komplett überblickte, konnte die Wärme der Sonne und den Wind spüren. Plötzlich tauchte mittendrin eine Frau auf und schrie mich an. Ich blinzelte und trat einen Schritt zurück. Als ich die Augen öffnete, lag ich in der Notaufnahme. Ich muss also nicht besorgt oder nervös sein. Ganz und gar nicht. Es sind schwache Magnetfelder, schwächer als die eines Föhns. Es werden Gehirnstrommuster erzeugt, die das Hirn auch in der Natur aufweist. Sagt er. Wenn jemand nicht daran glauben kann, auch gut. Die Wissenschaft will den Glauben auf die Probe stellen. Wenn Menschen beteuern, dass ihre Erlebnisse den Beweis für ein Leben nach dem Tode liefern, suchen Forscher selbstverständlich nach empirischen Beweisen. Der Glaube ans Jenseits hat vielen Menschen lange Trost gespendet. Das macht es jedoch nicht realer. Es gibt keinerlei Untermauerung durch die Realität physischer Abläufe. Viele Leute glauben an die immaterielle Seele, aber man kann sie weder sehen noch anfassen oder sie mit einem physischen Apparat aufspüren. Schon gar nicht bestimmen, ob sie unsterblich ist. Was sagt uns das also über die Seele? Mir gefällt das, wenn Wissenschaftler und geistlich geprägte Menschen erörtern, ob man an beides gleichzeitig glauben kann. Die Erinnerung sagt mir, dass mein Geist meinen Körper verließ. Ich kann mich zu 100% an jedes Wort des Gesprächs erinnern. Diejenigen, die sagen, ihr versucht uns bloßzustellen, liegen falsch. Wenn etwas wirklich wahr ist, wird es durch Zweifel nicht unwahr. Wenn überhaupt, wird die Wissenschaft es bestätigen. Doch wie lassen sich die Wahrnehmungen von Menschen während einer Nahtoderfahrung im Labor nachstellen? Michael Persinger führt in seinem Labor an der Laurentin-Universität in Ontario Experimente durch, mit denen bestimmt werden soll, ob Nahtoderfahrungen durch natürliche Vorgänge im Gehirn ausgelöst werden. Sollte Persinger bei einem gesunden Menschen ein Nahtoderlebnis hervorrufen können, wäre das der Beweis dafür, dass es sich dabei nicht um eine Begegnung der göttlichen Art handelt. Menschen berichten von dem, was ihnen widerfahren ist. Demonstrieren lässt sich das nur im Experiment. Wir simulieren die Veränderungen im Hirn, die bei Nahtoderlebnissen auftreten. Basierend auf seinen Forschungen entwickelte Persinger den sogenannten Religionshelm. In einem Motorradhelm sind Elektroden an exakt vorgegebenen Punkten positioniert. Durch elektrische Ströme werden Magnetfelder erzeugt. Diese durchdringen den Kopf und aktivieren das Gehirn in Bereichen, in denen die Sinne und die räumliche Wahrnehmung gesteuert werden. Die Störung der normalen Hirnströme veranlasst die Neuronen zu chaotischer Aktivität. Sämtliche Empfindungen werden durch Aktivität des Gehirns hervorgerufen. Liebe, Hass, das Ich.